Nee. Falsch. Falsch. Falsch, da war's das hier. Genau. Oh, das hier haben wir auch noch. Na, das habe ich total vergessen gehabt, dass wir dieses Rätsel auch noch haben. Ja. Die Jungs sind echt gar schnell. So, aber der ist jetzt auch tot. Das heißt, es fehlt uns wahrscheinlich hoffentlich nur noch der eine. So. Au. Fertig, oder? Also, ich sehe jetzt hier gerade in der Dunkelheit nichts rumleuchten. Das ist schon mal gut. Dann kann ich jetzt ja die ganzen Edelsteine wie mal wieder an mich nehmen. So, jedenfalls bis ich in dieser Kammer hier bin. Da raste ich jetzt erst einmal. Ich weiß nämlich nicht, wo mich das hier hinführt. Deswegen hätte ich gerne Maxi wieder maximales Leben und, ähm, also Mana und Leben voll und ein Quicksafe gemacht. Das dürfte eigentlich schon reichen. Dann, wie ich das hier hinführt. Das wäre jetzt schön. Ob ich mir die Sequenz notieren sollte. Also hier ist eins. Und da ist... Sieben. Gut, hier geht der Star auf. Da ist da zwei. Das ist dann wohl drei. Okay. Erst geht das auf. Dann geht das auf. Dann geht das auf. Das ist drei. Das ist vier. Das ist fünf. Okay. Vier. Fünf. Und sechs. So, und die Bodenplatten. Funktionieren ein bisschen anders. Okay, das... Das heißt, wenn ich mich da reinstellen, werde ich geportet. Ja, scheinbar. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Das ist eine Schlärfe. Okay. Ich bin ja. Lass die dritte, dann sind wir daer. Das ist ein bisschen. Ist dir dasst du... Okay, das ist damit. Okay. Hmm. Okay. Wenn ich da einen Stein hinlege. Trinkt mir das wahrscheinlich auch nicht viel. Wo falle ich denn da eigentlich hin? Da falle ich in den Bereich hier oben. Hmm. Also ich muss gerade mal überlegen. Hier ist eins. Das, äh, ups. Hier ist eins. Also Bodenplatten ist immer das zweite. Hier ist zwei, aber da bin ich nicht schnell genug für. Und wer ich richtig gesehen habe, ist hier drei. Also nochmal das Ganze. Eins, zwei, drei, ja. Vier. Fünf. Sechs. Ne, das ist anders. Okay. Das ist dann vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also vier. Fünf. Sechs wahrscheinlich. Und hier sieben, sieben. Okay. Das heißt, ich aktiviere erst die hier, weil die langsamer sind. Ja, ich kann mir ruhig etwas mehr Zeit lassen. Okay. Ah. Nein, mein Reaktor Ohr, das ist schon mal gut. Oh, hi. Zum Glück bist du alleine. Oh. Das ist nicht so gut. Oh. Hinter mir. Warum mache ich das aus Versehen ständig? Die sind die Mondgebung-Blitze. Oh. Level-up. Oh, nö. Sag mir bitte, du hast dich hierher verlaufen und bist kein Respawn. Und das könnte ich mir jetzt gerade noch verbrauchen. Ah, wieder Shadow-File. Level-up. Ein Punkt in Ice-Magic. Dann kann sie nämlich Schad-Blast. Ja, da hätte ich Eis und Luft gebraucht, um das richtig zu boosten. Jetzt gucken wir bei Stuff-Defense mal rein. Ich glaube nämlich Stuff-Defense bringt uns gerade am meisten was. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Genau über sowas mache ich mir jetzt gerade ein bisschen. Sorgen. Können die mich hier sehen? Oder habe ich hier eine Zuflucht? Ja. Er hat schon mal Hunger. Er hat schon mal Hunger. Das hat jetzt auch viel gebraucht. Oh, was er hat schon mal Hunger. Oh, was er hat schon? Oh, was er hat schon? Der ist gut. Oh, das ist gut. ich habe jetzt wirklich das wilde gefühl das gute ist die nacktkämpfer machen nicht so einen schaden geht doch die fernkämpfer wie sieht die nahrung bei euch beiden aus nicht so gut so jetzt sind wieder alle satt fürs erste und ich kann sie mir coveren lassen und dann den dämpfer machen wir dasmosYNq und dann den dämpfer machen wir das sibyl und dann die nacktkämpfer machen wir das遊